Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play auf meinem Kanal und heute spielen wir Smashing 4. Ich habe schon ein bisschen angefangen es zu spielen und es hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Deswegen dachte ich, let's play ich das mal und dann ab in die erste Runde. Also in diesem Spiel geht es darum, ihr Leute zu smashen und somit sie zu killen und man macht Ultima Damage. Also etwa wie Clash Royale. Nur hier sind alle Leute schon auf dem Feld. Dieser Gegner ist deutlich besser als ich vom Level her. Sprich, ich weiss nicht, ob ich eine Chance gegeben habe. So, heute war ich auch in der Stadt. Oh, ok, ok. Kein Kill, nice. Einkaufen? Soll ich jetzt hier so richtig smashen? Und er bounceen? Ja, ok. Und ja, das war also eine Lüge, was ich heute so gemacht habe. Ich arbeite mir noch am besten auf. Oh, shit. Alter, der krass gelabellte Leute. Ich habe null Chance gegen ihn. Er also... Mann, ok, kriege nicht mal einen von ihm, habe ich das Gefühl. Er macht halt viel zu guten Damage. So gut gelabelt zu sein, da muss man es schon einen Tag mindestens gespielt haben. Und das ist ja so meine sechste Runde. Ähm, ja. Einheimnis trotzdem noch. Und dazu habe ich jetzt auch nicht wirklich gute Truppen, da ich ja noch am Anfang bin. So. Kriege ich die? Noch hoch? Äh, mich auf jeden Fall. Aber das hat mir nichts genützt. Obwohl, jetzt bin ich ja noch dran. Und wenn er den Riesen killt, ja, dann habe ich eigentlich eine relativ gute Position. Ach so. Ja, ok. Die Position ist etwas verseilt, aber egal. Einen Kill schaffe ich noch. Hier kann man noch emoten. Es waren mehr emotes als, äh, ja. Mehr, aber mehr geschriebenes nur. Also noch Sorry und guter Zug. Der war aufgegeben. Indirekt. Einfach nichts weitergespielt. Hier. Nein, sie leben noch. Aber jetzt nicht mehr. Ja. Ein Kill. Bam. Echt nice. Naja, dafür, dass er überlevelt war, habe ich eigentlich schon ganz gut gespielt. Ich übe jetzt immer mehr und mehr. Mit der Zeit werde ich dann auch noch Profi. Dann habe ich in die nächste Runde. Ja. Und ich habe hier krasse Packs. Ich spare mal die seltenen und so. So kann ich ein kleines Opening machen. Weil ich es jetzt schaffe sie zu sparen. Okay. Der ist auch besser gelevelt. Aber ich habe eine kleine Chance. Oh, zwei Hits. Er ist dran der Paladin. Ich gehe einfach mal hier hin. Oh. Er hat jetzt nicht so viel gedamaged. Aber er kann jetzt nicht so viel auch zu mir machen. Obwohl so, ja. Aber hier spielen auch relativ viele dieses Spiel. Aber es ist ja trotzdem noch ganz unbekannt eigentlich. Und ich habe es auch nur durch eine Werbung entdeckt. Nice. Er ist einfach eingeschlossen. Da hat keine Chance mehr rauszukommen. Außer so halt. Alter, wie viel Damage. Schür. Afg來, dann lässt er jetzt hier so gut anstellen. Bam. Und seine Truppe nach fasst kein Leben mehr. Er geht wohl auf meine Bogenschütze. Auf dieser hier. Der unten, näher geht er auf den Paladin. Er hat aber ein bisschen versaut. Ich gehe mal hoch. Bam, noch ein Hit. Der anderen ist unten. Ja, sie ist trotzdem ausgeglichen, trotz den Levelunterschieden. Kriegt er mich down? Ja, scheif. Ah, ja. Nein. Was hat er das versaut? Okay, das ist jetzt aber auch nicht so gut, würde ich sagen, ne? Alter, es trifft er immer zweimal. Egal, ne? Ich auch. Oh mein Gott, das war das krass für den Damage. Es war okay. Shit, von ihm auch. Von ihm auch. Ich schnitt ihn vielleicht down. Und den oberen Double Kill. Nice! Double Kill. Und dann wird es ein 2 gegen 1. Mal sehen, kriegen wir das noch hin? Wenn ja, wäre das ziemlich krass. Er versucht natürlich beide zu treffen. Aber das ist nicht mehr möglich. Nee, ist es nicht. Wow. Ja, komm. Geh mal hoch. Ah, knapp. Ein bisschen... Ah, geht so. Halb knapp. Ah, leider hat er auch einen krassen Tank. Mal sehen, das ist natürlich spannend. Ja, was denkt ihr? Keine Ahnung. Nein. Er hat zweimal gehittet. Alter. Nein. Oh, ich krieg das nicht hin. Das ist krass. Aber ich... Ich halte ihn zu. Außer erhitte dann zweitens. Zumal nicht. Danke, Leute. M.L.G.M.R. Krass. Alter, war das knapp. Wuhu. Eigentlich. Nein. Aufplätze sind voll. Okay. Ja. Leider nur mit Müll habe ich hier diese Orbe. Aber er hat auf jeden Fall gewonnen. Nice. Boah. Richtig spannender Kampf, das muss ich sagen. Und ja. Jetzt habe ich sogar noch was da reingeschaltet. Hier das. Bisschen Money. Okay. Mein Deck sieht bis jetzt so aus. Ich erstelle dann gleich vielleicht mal einen Clan. Und ich bin ja auch gleich Erinner 2. Da kann ich sogar das bekommen. Das kann ich hier rausbekommen. Auch. Nur da sind sie halt jetzt das schlechte. Ja. Anfragen kann man hier auch machen, klar. Episch ist das Beste, was es gibt. So. Hier. Äh. Bei Renan-Sie-Zenorin. Und zwar Paladin. Ich kenne mich jetzt nicht damit aus. Äh. Also mit dem Spiel. Ich höre jetzt ein bisschen nachher. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Erinner 2. Tühne die Zeit. Tühne. Tühne die Zeit zu retten. Tühne die Zeit. Puh. Tühne die Zeit. Erinner 2,5 Jahren. Gäste die Zeit. So. Bedeutend. Wie ist denn bei der Zeit? Vielen Dank.